Hallo Minecraft Freunde, also heute zeigen wir euch das erste von einem vom Spiel erstellten Dorf und ja, Michi ist dabei, der hat's gefunden, mein Bruder, und der zeigt's euch jetzt. Ja, dann fang mal an. Also, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, wir sind auf dem Dach von irgendeinem Haus, das steht hier einfach in der Geschichte umeinander und legen uns gleich mal auf die Fressen. Und das erste, was man gleich sieht, sind die neuen Fenster. Die sind jetzt Scheiben und keine Blöcke mehr und es gibt auch irgendwie keine Scheiben, äh, keine Blöcke mehr in zufällig generierten Wörfern. Rechts ne Schmiede, zeig mal her, da war mal Lava drin, die haben wir aber raus. Ich? Ja, Michi hat sie raus. Und hier sind halt so kleine Häuschen gebaut. Besonders groß sind die nicht und besonders schön von innen auch nicht. Und viel finden kann man da auch nicht drin. Aber, wo? Klar. Aber in manchen, in manchen sind auch noch Fenster. Ja. Hast du da gemacht, noch? Ah, das ist Holz. Ach so, ja genau. Also, wir haben uns gedacht, wir schlachten die sozusagen aus, dass wir nehmen alles mit, was wir brauchen können. Und irgendwie lag das gerade derbe, aber das ist uns jetzt prakt egal. Ich erzähle es jetzt durch. Ist das wegen der Aufnahme? Ja, das ist... Wie? Hier war alles voll mit, was ist das? Ähm, Weizen. Weizen. Da? Ja, die Schafe sind schuldig. Wir haben da hinten drauf rum, die sind schuldig. Irgendwo wollte ich jetzt wieder hoch, glaube ich. Ja. Also in der Folge haben wollten wir eigentlich noch zurückkommen zum eigentlichen Zuhause. Das legt das so. Ja, das ist die Drecksaufnahme. Und wenn der Intellekt auch noch offen ist. Und ich lief halt die Drecksaufnahme. Und dann muss ich es trotzdem hier rumschneiden. Weil ich dann wieder rossieren muss und blablabla das hier. Da hau ich auch ein bisschen Holz raus. Ja. Lagt das gerade? Ja, es lag gerade. Ich glaube ich mach das mal schnell. Bis gleich. So, jetzt hoffen wir das jetzt besser ist. Und... Ja, mal sehen. Das schaut genau, äh... Ich kenne uns lustiges Haus. Da gleich hat uns ein Creeper was weggesprengt. Nein, 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 nein. Ach, da geht's runter? Okay. Das war schon so. Das war alles so, wie es ist. Hier waren auch so... Ich glaub Wurdenplänen, so wie auch immer die heißen. Und die haben was? Stein irgendwas, das hab ich gesagt gebaut. Ach so stimmt, da waren... Wenn man auch, äh... Da sie... Wurdenkipps, okay. Genau, ist da. Mmh, lass meinen Lolli in Ruhe. Ja, wenn du anzuwenden, zum Schluss da... Ja, das ist ein Schaf und Wohne. Ich würde da jetzt reinbringen, aber da kommt man nicht mehr raus, weil das so tief ist. Ja, du hast jetzt auch noch mal zurück zu schwimmen, oder zu fliegen, oder was auch immer du vor hast. Ja, das war nicht richtig, ja. Dann kannst du dich gerissen. Warte mal. Apropos... War noch gar nicht mehr in der kleinen Kirche. Da hab ich aber die Leiter rausgehauen, die kann ich hier noch nicht hinsetzen. Und die Fackeln hab ich auch aufgehauen. Da ging's, äh... Wo, hör mal auf. Ähm... Genau, hier ging's da hoch. War eigentlich nichts besonderes. Ich weiß, ich kann ja die Leiter noch mal hinsetzen. Äh... Ich bin noch echt zu blöd für das Spiel. Äh... Ich muss noch irgendwo... Genau da hinten, versteckt unten. Ist auch noch ein Haus, da können wir auch noch mal kurz hingehen. So... Dann... Lauf mal los. Ähm... Ah... Da ist noch mal so'n Zeug. Heißt überhaupt noch ne Spitzhacke? Nein... Haben wir natürlich nicht mehr. Naja... Davon geht auch nicht die Welt unter. Eigentlich könnte man hier so viel mitnehmen. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Wir werden nämlich bestimmt noch viele Dörfer finden, weil wir geschafft suchen. Okay... Oh... Oh... Oh das... Krass... 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 Hier... Ach hier... Warte ja, ich war es ja auch schon drin genau. Krass... Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf dem Heilbeeren. Jawoll... Kannst mir auch nicht mehr... So nach der ist... Weil das ist eins von Kühen und das andere ist von Spanien. Lass die Steine doch leben, die geile Schaffung geschaffen. Also die Schauer hat so schwer. Gehen wir in die Wüste und holen uns noch eine Menge. Oder? 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 Hey, mir ist wohl eine geile Kaktusfalle angefallen. Ja, die können wir ja mal bauen, wenn wir. Aber nicht im Let's Show. Vielleicht in Let's Play. Ja, du bist voll, du Pfosten. Hey, da wolle ich mich gleich gepfosten. Okay, was kann ich hier wecken? Ich wär eindeutig, ja voll. ja sieht ja voll cool aus ja eigentlich nicht aber es ist irgendwie komisch generiert aber es doch unser riesengaktes ja das war eine geschichte haben hochgebaut und sind immer dabei gestorben also tschüssdorf tschüssdorf befinde ich nie wieder so unten ein bisschen hinten auf der Web, oder? ich glaube nicht aber wir haben einen Kompass dabei ja, so gut aber man sieht unser Zuhause ja man sieht auch da ist eine Abgrenzung von links von Schnee zu zu Grün halt zu Wald, Gras das sieht echt geil aus und das kann ich auch wenn wir Glück kommen kommen wir da vorbei oder wenn wir auf der Web sind kann ich nochmal hinschauen und euch das zeigen das ist echt der Hammer der Hammer dann zeigen wir euch wo der Hammer hängt der hängt hoch der Hammer ja ich bin ein bisschen voll die Spruchfähigkeit auf euch alt hehehe hehehe ja alles klar wie viele Kaktieren haben wir wenn wir voll sind dann gehe ich einfach weiter damit wir keine mehr aufnehmen können dann werfe ich die anderen gleich wow Kaktieren weg uns haben wir neue aha bringt's Erfolge ja oh wie viel Papier hier ist mal ein Papier kann man immer gebrauchen unbedingt haben wir ja wir haben schon wir können sogar noch was machen wir haben jetzt nicht oder oder wir können irgendwas wegwerfen die Tür ne nein die Tür ist wichtig ne voll wichtig die Tür ich hoffe die abgenutzte oder so mir egal äh die Seppling brauchen wir eigentlich nicht hallo nein nimm's mal mit ach das ist ja das wie das brauchen wir nicht aber Gras ist könnte man schon nehmen das macht so Spaß vor allem beim Sprinten unglaublich viel Spaß uuuuuh das haben wir noch ein paar Kaktieren haben wir auch erst 47 ok ich war vor allem bei mir in der Lava verreckt in meiner neuen Welt oha stimmt also das ist auch voll cool wenn du das brennst dann füllt sich das Leben gleichzeitig auf und du hörst dir auch ganz besonders auf das Brennen ja das heißt man kann eigentlich den PS wohl nicht brennen aber da hinten ist so wie ein fetter Berg ja den kennen wir glaube ich schon aber verlauft ich mal nicht das ist mir nämlich in der in einer anderen Welt passiert in der ich bisher selbst spielen wir haben Kornsch was der zeigt immer zum spawnen will ich ja grad sagen da hab ich woanders gespawnt wo mein Haus eigentlich ist und euch gar nicht mehr zurückgefunden jetzt sind wir vor ok jetzt hab ich den Bock nur irgendwie ausreicht sowas ja eigentlich könnte ich mir noch Papier holen aber nicht nein kack an geh einfach weiter hey wir haben das Papier wir haben nämlich keine Hobbys und gleich ist wahrscheinlich die erste Folge auch wieder also was heißt die erste die dritte Folge voll wieso weil wir nämlich nur hä 15 Minuten haben dürfen glaube ich wieso weil YouTube da irgend so und so stich durch die Rechner machen würde immer mehr hochladen würden also 15 Minuten und eine halbe Minute geht schon aber 20 Minuten und das so ist schlecht wie lange nehmen wir schon auf? Weiß ich nicht genau ich hoffe du geschaut aber du könntest ja kurz mal schauen ok 10 10 Minuten ok dann haben wir ja noch 5 ja wenn wir jetzt sagen gehen wir mal Zollgas also also nochmal geiles 15 ja ja wir können sie ja gleich ja wir können sie ja nochmal abfüllen und dann mal 200 und dann ja warum ich mir hörte dass die Scheiße immer verkauft ja nein also scheiße hört sie sich nicht an aber sie hört sich nicht an hier weil unsere Mutter nur von eigentlich die schlechteste der App ist ganz einfach nein schweine pfff nur weil er Schweine Kotelett isst ist er kein Arschgesicht nicht ich hast was gegen Schweine Kotelett hat er überhaupt keinen logischen Zusammenhang aber ich hab's einfach gesagt lalalalalauuuu ja du bist das ja du sprichst überall immer rum wo es links, däumel oder rechts ja es ist ein bisschen zuhause was machst du jetzt hier oben ich soll schauen wollen wir da rein springen nein dann haben wir Pech gehabt dann sind wir wenigstens zuhause ja ja das kannst du schon springen wir schaffst es ja huiii oh nein ja das ist schon ich doch nicht ja weil das ist nur ein tiefer wo jetzt hat man dann richtig wetten lag oder leckten hier mit der Teile heißen ich weiß es nicht so richtig aber jetzt haben wir noch jetzt haben wir noch das Filmstudio offen und oh und da sind wir an der magischen Grenze oder das ist nicht die Wand da vorne oder die Grenze das ist glaube ich eine neue Grenze von äh ich mach immer ich glaub wir kommen grad von rechts wieder rein dann von der Map rechts wieder rein nein aber in die Richtung geht's da hin aber das ist auch keine Abgrenzung jetzt sehen wir ja gleich einmal drüber sind dann müssen wir gleich über das sind auf der Map auch und dann erweitern wir doch die Locken einfach wenn wir von rechts kommen ist doch auch nicht schlecht ah ja ok da ist der Übergang boah ist gleich wieder zu zur Vollständigkeit jetzt stehen wir da genau ja da am Übergang von Eis zu normal da vorne ist auch das Eis dann und genau das war die geile Wand ja die ich zeigen wollte und ja das bauen wir hier gleich wieder zu das gibt's nämlich doch genau das ist jetzt die Wand da ist einfach abgeschnitten und dann wirken ein neuer Abschnitt aber war mir glaub ich schon oben ich kann nämlich mal geile auch das drunter sagen schhhh warum kann ich jetzt mal aufhören mit dem elendigen Lut scheiße äh äh geh doch einfach zurück ist doch scheißegal blöder laut oder leck oder hm geh doch einfach zurück zum Haus ist eh noch ein gutes Stück ja und dann bevor es wieder macht ich glaub das schaffen wir den nicht ja und dann ich glaub das schaffen wir den nicht wir hängen oder nein ja ja da ist jetzt dann Lava in der Wüste also man sieht da auch die kleinen schwarzen Punkte ziemlich in der Mitte das ist ein Haus und noch so ein kleines Haus von kleiner griechischer Kasten in der Landschaft den ich gebaut hab ja ja mit ungefähr tausenden Irren drin ne tausend sind es nicht aber ich glaub 16 ja nein 16 sind auch so uuuuuh Lava mitten in der Wüste oh mein Gott haben wir ah wir haben schon zwei Lava an jetzt hm weil sie haben nämlich was mit Lava angefangen und dann